Wir haben kein Modell! Wir haben kein Modell! Ein Hundeleben hat so ein Schulmeister da gesinnt, ja, halt doch, fangt doch an, mal Pinsel drauf los! Eine Akademie, das ist die Dressur, der spanische Stiefel, die Uniform, das ist die Antikunst, mein Lieber, ach, hol mich, verdammt! Hier! Hier wird man zum Schildermaler, hier, hier geht man doch zugrunde! Lass mich langweilen, mich! Ich will malen und Sie langweilen, mich! Sie müssen doch sehen, dass es mit Papa nicht gut steht, dass er sich völlig zugrunde richtet, nicht nur sich selbst, es ist zu entsetzlich, das sagen zu müssen. Du willst ihn doch retten? Was denn dann, wenn er nun partout nicht davon abgeht, wenn er nun partout dabei bleibt, bloß flüssige Nahrung zu sich zu nehmen? Mit einem Wort ist Schmerz, mich zu sehen, wie Sie hier in einem engen, finsteren Raum leben, wo Sie nicht einmal Licht zum Arbeiten haben, wo Sie Ihrer Gesundheit schaden. Man ist ja verschüttet, man ist ja gänzlich verschüttet. Santa Lucia, Santa Lucia, Santa Lucia. Mein Liebes, bringe was zu trinken und etwas Rauchbares. Ja, was soll man machen?